Das Wendler-Baby ist endlich da. Michael Wendler und seine Laura Müller sind zum ersten Mal Eltern geworden. Schon oft wurde spekuliert, ob die beiden möglicherweise Eltern werden. Und Anfang des Jahres war es schließlich soweit. Auf Instagram verriet die Influencerin am 6. Februar 2023 die überraschenden News. Liebe im Bauch, unser großes Glück ist unterwegs. Dazu postete sie ein Foto des Paares, auf dem der Schlagersänger ein paar weiße Schüchen in der Hand hält. Jetzt ist das Baby des umstrittenen Paares auf der Welt. Für Laura Müller ist es das erste Kind. Michael Wendler ist bereits Vater von Tochter Adeline, die aus der Beziehung mit Claudia Norberg stammt. Nun freut sich das Paar über seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auf Instagram schreibt die Neumama zu einem Bild mit ihrem Mann. Unser Baby ist da. Der schönste Tag ihres Lebens sei noch so viel schöner gewesen, als sie ihn sich immer vorgestellt habe. Auch den Namen des Kleinen verrieten die beiden. Laura Müller erklärt auf Instagram weiter. Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt. Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist ein so wunderschönes Baby, wir lieben dich so sehr, schreiben die frisch gebackenen Eltern.